Ken Johnson hat sein Agent gewechselt und was das mit einem möglichen Trade zu tun hat, sage ich dir jetzt. Ken Johnson ist an fünfter Stelle im 2021 Draft gedraftet worden, sprich er war ein hoher Prospekt, der hier Blue Jackets picken wollte. Und dann kann man ja erwarten, dass man ihn ausbildet und in vier Spieler hat. In dieser Saison ist das aber noch nicht der Fall. Er war zweimal überzähliger Spieler und in den anderen Spielen hat er auch nicht wirklich viel gespielt. Er kommt auf knapp 13,5 Spielminuten pro Spiel in dieser Saison. Und torenmässig ist es ihm auch noch nicht wirklich gut gelaufen. In sieben Spielen konnte er ein Goal und zwei Assisten erzielen. Da erwartet er selber sicher auch mehr von sich. Jetzt kommen wir zurück zum Agentenwechsel. Ken Johnson hat nämlich zum Pat Brisson gewechselt. Das ist ein sehr grosser NHL-Agent und er hat sehr viele Spieler unter Vertrag. Pat Brisson ist auch der Agent von Seth Jones und der hat ja einen Wechsel von den Columbus Blue Jackets weg zu den Chicago Blackhawks forciert. Ein anderer Spieler, der beim Pat Brisson unter Vertrag ist, ist Pierre-Luc Dubois und der hat ebenfalls einen Trade forciert weg von den Columbus Blue Jackets und hin zu den Winnipeg Jets. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob das alles ein bisschen zusammenhängt. Wetter kennt Chancen weg aus Columbus? Hat er darum sein Agent gewechselt zu einem Agent hin, wo man genau weiss, dass er so einen Wechsel möglich macht? Das ist natürlich reine Spekulation, ob dieser Wechsel jetzt forciert wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein 5. Overall Pick vom 2021 Draft nicht zufrieden ist mit etwa 13 Minuten Eiszeit pro Saison und schon zweimal scratcht worden ist bei den Columbus Blue Jackets, wo wirklich auch nicht gut sind. Ich glaube, es wird zu einem Wechsel kommen, es wird zu einem Trade kommen. Ich weiss nicht genau, wann. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass Pat Brisson jetzt das forcieren wird. Wenn es zu einem Wechsel kommt, nimmt es sich natürlich Wunder, wohin es geht. Was denkst du jedoch, bist du einverstanden mit meinem Gäste, dass es zu einem Wechsel kommt? Denkst du, oh, das ist irgendwie von den Haaren herbeizogen? Wie siehst du es? Let me know.